Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt ein Video von einem YouTuber an, von dem ich noch nie ein Video angeguckt habe, aber er wurde mir in den Algorithmus gespült und deswegen dachte ich mir, Abfahrt, hau ich in meine Playlist rein. Und zwar wurde das letzte Mal sehr, sehr viel geschrieben. Ey, yo, Anni ist grad live, guck dir das an und so, aber ich guck mir jetzt nicht den Stream an, so hab ich keinen Bock drauf. Und er hat's wahrscheinlich zusammengefasst oder so. Ich bin gespannt. Zumindest hat er geschrieben, Anni war schon wieder live, neue Infos und wir gucken uns, wir schauen einfach mal, was da der Inhalt von war, ob es da irgendwas Interessantes gab. Ich weiß nur, dass sie zum Schluss viel gezockt hat und so und ist entspannt. Und mal schauen, was da so kommt. By the way, sonst wäre ich von Mara ausgemeckert. Hier ein kleiner Bait, lasst gern ein Abo da, wir sind fast bei 40% Abonnenten auf dem Kanal, die meine Videos schauen die letzten 28 Tage. Deswegen eine Bitte, lasst bitte ein Abo da, ja. Auf dem Weg zu den, wie viele Abos haben wir denn eigentlich? 93.000? 94? Ich weiß grad nicht. Auf dem Weg zu den 93.000 oder so. Lass bitte ein Abo, das ist ja so, so wichtig für die 40%. Da würde ich mich sehr freuen. Mara würde sich auch freuen und ich würde sagen, wir legen los und abfahrt. Was habt ihr eigentlich, ich glaub, wie lang es dauert, bis Anni wieder live gehen wird? Richtig, ganze 5 Tage. Denn nach ihrem Therapie-Speedrun von 30 Stunden in 30 Tagen ist... Ich fand's ja wild, ich fand's ja wild, dass Anni gesagt hat, in ihrem Comeback-Stream, der nach 30 Tagen dann war, ähm, hat sie ja gesagt, sie ist ja immer noch in der Pause. Also das ist ja praktisch kein Stream, kein richtiger Stream, den sie macht, sondern sie ist immer noch in der Pause und hat's immer so rüberkommen lassen, als wäre sie nicht zurück. Und dann war sie halt Realtalk einfach ein paar Tage später wieder live. Also, oder zwei, drei Tage später wieder live. Also, sehr wilde Nummer. Ist sie scheinbar wirklich wieder da? Also das mit dem, ich bin nur einmal live und bin dann wieder weg oder sowas, hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Servus, ich bin der Fillside und ja, Anni hat gestern Abend tatsächlich wieder für knapp 4 Stunden gestreamt und es sind tatsächlich einige neue Sachen herstlich gekommen. Sie ist auch ein paar alte Sachen eingegangen, auf die wir jetzt nicht doch mal eingehen sollten, sie dann nichts Neues dazu erzählt haben. Also, fangen wir an. Am Anfang des Streams hat Anni mal über ihren Tag gesprochen, dass der so ein bisschen nervig für sie war, dass sie allerdings auch wieder ins Stream geht und hat eigentlich relativ fröhlich über die Situation gewirkt und original keine 15 Sekunden später und ich check das wirklich nicht, wie schnell ihre Stimmung eigentlich schwanken kann, reagiert sie dann so auf eine Frage. Ich dachte, du wärst nicht zurück. Ja, ich bin noch nicht zurück. Ich hatte nur Lust, heute zu streamen. Also, mache ich das. Auf einmal... Ich bin gar nicht da, ja. Also, das, was ihr hier seht, ist ein Video. Es ist einfach... Ja, eigentlich bin ich nur in der Hülle. Ja, also, ich bin das nicht. Ja, also, hier sitzt eigentlich gar nicht Anni. Ich bin ein Hologramm an der Stelle, ja. Nee, ist auf jeden Fall... Ich denke auch, dass sie gerade in dem Moment immer noch pausiert hat. Wir wissen es, also... Ey, ich darf nicht so reden, weil dann wird wieder gesagt, dass ich mega respektlos bin. Leute, ich hab kein... Ja, ich hab das in dem Video gesagt bei mir, dass sie ein Hologramm ist. Ich, äh... Ja, war respektlos, war scheiße von mir. Es tut mir an der Stelle leid. Ich versuche mich nun zu bessern. Mal wieder Debrie, oder was? Sie war nicht Anni de Dax, sie war palud, ne? Junge Hamburg, bitte seid doch mal leise hier, ja. Hatte sie noch eine ganz wichtige Bitte an ihre Mods? Eigentlich arg, dass sie überhaupt noch welche hat. Liebe Mods, ihr müsst nicht Fragen rausnehmen, ihr müsst nicht alles zu dem Hate-Thema rauslöschen, nur wirklich die Beleidigung. Das muss nicht sein. Ja, das hat jetzt nicht unbedingt so gut funktioniert, dass man nur die Hate-Kommentare rausgelöscht hat. Zum Beispiel wurden folgende Nachrichten gelöscht. Cancel Anni. Okay, ist doch verständlich. Dann hat ihr gut funktioniert mit dem einmal Live-Sein. Wurde auch gelöscht. Geh einfach offline, hör auf mit Streaming. Wurde auch gelöscht. Hat sogar Permaband bekommen. Lösch dich. Danach kannst du nicht einfach so tun, als ob nichts wäre. Oder auch die Frage, kommt der Stream als VUD? Ja, das würde ich sehr beleidigen. Kommt der Stream als VUD? Ich finde es nicht mal hochproblematisch, dass sie streamt. Was ich noch nicht verstehen kann, ist... Was ich noch nicht verstehen kann, ist... Sie sagt, sie ist noch in der Pause. Und sie hat aufgehört als Content-Creatorin erst mal. Und dann ist... Also, wenn ich sage, ich bin in der Pause, dann verstehe ich nicht, wie man in der Pause sein kann, aber dann trotzdem anfangen kann zu streamen. Sie kann doch einfach ehrlich sein und sagen, jo, ich bin jetzt wieder zurück. Ich mache mein Content. Ich rede jetzt nicht mehr 100% nur noch über das Thema. Und das war's. Weißt du, dann ist ja wenigstens ehrlich. Aber zu sagen, dass ich noch in der Pause stecke, verstehe ich nicht, weil offensichtlich steckt sie nicht in der Pause. Also, naja. Aber gut, das ist... Ja, gut, mit den Kommentaren hier. Vielleicht hat sich der eine Typ darauf verklickt, mit diesem, kommt der Stream als VOD, weil die Nachrichten so schnell sind. Ich habe keine Ahnung, weil das ist niemals... Also, ich glaube nicht, dass Anni möchte, dass der Kommentar zum Beispiel gelöscht wird. Weil es sind ja Mods, die dann am Ende des Tages das löschen. Kannst du nicht einfach so tun, als ob nichts wäre. Ja, keine Ahnung, ist jetzt auch keine Beleidigung. Aber jetzt sowas wie Cancel Anni oder sonst was. Ja, was bringt einen das? Ja, so eine Nachricht halt im Chat stehen zu lassen, das hat ja... Natürlich ist das einfach... Das ist einfach eine Nachricht, die bringt einem ja nichts. Hat eine User dafür einen 600 Sekunden Timeout dafür bekommen? So, what the fuck? Aber Anni, sag uns doch jetzt einfach einmal, bist du jetzt eigentlich wirklich wieder da? Oder ist das eine einmalige Sache, dass du jetzt zweimal live bist? Und warum bist du eigentlich generell wieder live gegangen? Also, mit dem Satz, ich bin nicht zurück gemeint, war, ich bin nicht zurück. Ich bin nicht zurück mit einer regelmäßigen Stream-Schedule. Ich will nichts versprechen, ich will nichts ankündigen oder machen. Aber wenn ich das Bedürfnis habe, zu streamen, dann mache ich das. Ja, ich habe das Bedürfnis, jeden Tag zu streamen. Aber ich bin nämlich jetzt nicht zurück. Also, mein Bedürfnis ist einfach so jetzt einfach extrem aktiv, noch aktiver als sonst zu streamen. Jetzt ist doch egal, ob du einen Plan hast oder nicht. Wenn du halt regelmäßig dann streamst oder immer wieder es dir noch danach ist, dann bist du halt wieder zurück. Aber es ist doch jetzt auch nichts... Niemand erwartet, dass du für immer weg sein sollst. Aber ich verstehe wirklich... Ja, sie kann doch gern ihren Beruf nachgehen. Das ist mir doch... Oder es ist uns doch auch egal. Aber wie kann man denn sagen, man ist nicht zurück, währenddessen man gerade zurück ist? Das verstehe ich nicht. Ist mir ein bisschen... Ist mir ein bisschen komisch. Und ich habe nach letztem Stream eine beunruhigende Menge an Morddrohungen und bring dich um Nachrichten bekommen. Und fickt euch, werde ich dich tun? Wenn ihr wollt, dass ich sterbe, dann müsst ihr schon herkommen und das selbst machen. Ich werde es nicht tun. Gut, das Internet war zu auffordern, nach Madeira zu fliegen. Ja, das ist eh dumm. Also die Kommentare, die sowas schreiben, ist... Ja, also extrem dämlich. Ja, was auch ein dämlicher Kommentar war, das muss ich auch an der Stelle sagen, war der von Phoebe. Als... das Ganze mit Anni war, die Vorwürfe gegen Anni, hat Phoebe in dem Stream gesagt, an ihrer Stelle würde ich springen. Junge, was ist das für eine Aussage, ja? Also, ich meine, ich... Also ich bin jemand, ich sag mir immer so, okay, früher, wo man auch so 17 war oder so, ich glaub, Phoebe ist 17, hat man nicht drüber nachgedacht, was es für eine Wirkung hat, so eine Aussage. Aber... Also, ich glaub, Phoebe sollte sich hin und wieder mal zurücknehmen, was das angeht, ja? Sie hatte auch zum Beispiel bei der Unge-Thematik, als Unge ein Statement gemacht hat, ähm, und diese Kiki... Und dieser Kiki, was vorgeworfen hatte, ist auf Phoebe rübergegangen zu Kiki und hat geschrieben, dass sie eine Loserin ist. Obwohl sie gar nicht wusste, wer Kiki ist, was sie sonst so macht und sie hat nicht mal ihre Seite angehört. Ne? Wo ich mir so denk, wartet doch erst mal ab. Also, hier ist ja noch gar... Also, hier gibt's keine Details, nichts, was irgendwie 100% belegbar ist und so weiter und da würd's ja jetzt nicht rübergehen und jetzt die Person beleidigen. Vor allem als große Creatorin, wo das ganz schnell auf dich zurückfallen könnte. Ne? Das ist so, ja... Muss vielleicht nicht an der Stelle sein. ...liegen und dich umzubringen, war jetzt vielleicht nicht so der schlauste Call, Anni. Aber Spaß beiseite, Leute, Morddrohungen gehen wirklich gar nicht. Egal, was Anni vielleicht wirklich getan hat oder auch nicht, bei aller Liebe, Morddrohungen gehen einfach zu weit, weil das können wirklich psychische Belastungen hervorrufen oder psychische Probleme. Also, lass das wirklich sein, egal bei welcher Person, man wünscht einer Person einfach nicht den Tod, okay? Das ist stimmt. Aber Anni, sag uns doch einfach einmal, hast du eigentlich Videos über dich vom Skandal gesehen von Alpha Calvin, keine Ahnung, von mir oder auch von Kaiser oder KuchenTV? Nein. Ey, Lucy haut einen Sub an Filz halt raus, der übrigens hier gerade das Video macht. Danke für den Sub, Lucy. Äh, okay, lol wurde drauf. Also, Alpha Calvin, keine Ahnung, von mir oder auch von Kaiser oder KuchenTV? Nein. Also, ähm, das kann ich nicht. Also, das macht mir, also, kann ich nicht gucken. Tut mir leid. Hm, interesting. Ja, die Videos sind doch scheiße, muss ich sagen. Woher weißt du dann aber eigentlich, was gefühlt jeder Meinungsblogger, der ein Video über dich gemacht hat, eigentlich über dich gesagt hat? Weird. Also, Leute, ich werde aus dieser Frau nicht mehr schlau, aber schaut euch, den klickt man ganz kurz selber an. Hast du mit deinem Therapeuten über den letzten Stream gesprochen? Na klar. Ähm, ja. Wie geht das bitte, dass man in der einen Sekunde über den letzten Stream lachen kann und in der nächsten Sekunde einem scheinbar auf einmal eingefallen ist? Ach, hoppala, die Leute sollen ja glauben, dass ich das Opfer bin, also muss ich jetzt ganz schnell wieder auf Traurig und Tebretouren, oder was? Also, ich check das for real nicht. Aber, Anni, klären Sie doch bitte einfach einmal auf, wie das mit dir gehen soll, so ein schwieriges Thema eigentlich innerhalb von 30 Tagen in Therapie zu speedrunnen, nach exakt einem Monat wieder da ist und eigentlich unreflektiert zurückgekommen ist. Also, austherapiert kannst du eigentlich nicht sein, oder? Therapie in so kurzer Zeit erfolgreich beendet? Nein, aber wer jemals selber Therapie gemacht hat, weiß, dass das halt ein Prozess ist, der wahrscheinlich auch Jahre dauern kann. Ich kann mich ja jetzt nicht für Jahre verstecken. Also, was soll ich tun? Naja, vielleicht länger als einen Monat auf ein Comeback warten. Ja, ich glaube, austherapiert, ich glaube, niemand hat erwartet, dass sie erst austherapiert sein muss, bis sie dann wieder streamt. Ich glaube, das geht auch gar nicht so schnell. Mayuki, danke für die 5er-Schenken-Saps an der Stelle. Das geht natürlich auch nicht. Das erwartet man auch gar nicht, würde ich an der Stelle sagen. Aber zu sagen, und das verstehe ich nicht ganz. Ich finde, da hatte, da hat, ähm, bisschen, danke für den Sub auch. Da hat Stay, finde ich, auch was gesagt, was ich interessant fand. Der hatte gesagt, irgendwie Anni meinte, dass sie in einem Monat jetzt 30 Stunden Therapie hatte. und ich frage mich auch, wie das möglich ist, 30 Stunden Therapie zu haben. Da hat sie irgendwie mal gesagt, dass sie in der Woche zwei Therapiestunden hat oder sonst irgendwas, oder? Oder so zweimal Therapie. Also, wie viele Stunden muss sie, muss sie Therapie pro Woche haben oder wie viele Sitzungen, dass sie auf 30 Stunden kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ähm, dass es reale Zahlen sind und, äh, also es wäre auf jeden Fall verrückt. Es wäre verrückt, wenn sie, ähm, sie müsste halt achtmal oder acht Stunden Therapie in der Woche haben. Das wäre verrückt, so viel Therapie zu haben. Ähm, ja, deswegen keine Ahnung. Also, es wäre auch mal interessant gewesen. Aber gut, das wissen wir natürlich nicht, ähm, inwiefern das überhaupt stimmt mit diesen 30 Stunden, ähm, im Monat Therapie. Das ist wirklich absurd viel. Ich tue mir auch nicht so, als ob nichts wäre, aber ich versuche einfach... Das wäre jeden Tag eine Stunde und mit Wochenende vor allem auch, ja. Also unter der Woche wären das jeden Tag, ja, keine Ahnung, wie viel. Anderthalb Stunden oder so, oder knapp zwei Stunden oder so. Das ist schon brutal. Ach, keine Ahnung, mein Leben weiterzuleben, was soll ich denn tun? Also, ja, ich weiß, doch, tust du nicht. Ich tue nicht, ob nichts wäre. Ich mache Therapie, ich bin zwei Monate weg gewesen, ich gehe gerne auf eure Fragen ein. Tue nicht, ob nichts wäre, würde ich sagen, hä, wovon redet ihr? Das stimmt, du gehst auf die Fragen ein, aber die Art, wie du auf die Fragen bitte eingehst, implizit für sehr viele Zuschauer wahrscheinlich, dass du das Opfer bist und ich sehe hier einfach das größte Stockholm-Syndrom von mir wie keine Ahnung was eigentlich. Und nicht nur, dass die Argumente von der Gegenseite eigentlich schon mehrere Monate her sind, sondern auch einfach, dass scheinbar sehr viele Leute vergessen haben, was du bitte eigentlich für eine Person sein sollst, wenn im Peak gestern wieder über 10.000 Leute zugeschaut haben und selbst gegen Ende des Streams alles längst nicht gemacht. Es ist, also eine Sache muss ich auch sagen, was ich schon wieder insane finde, bei dem Screenshot hier gerade, gestern wieder über 10.000 Leute, hat sie nach 45 Minuten heutige Subs 251. 251. Das ist insane. Also da muss ich mal wirklich an der Stelle sagen, ich meine, soll sie Geld verdienen, alles cool, aber es ist schon krass, wie viele Leute einfach dort monetär, also ihr Geld ausgeben, nachdem so viel sehr Beschissenes passiert ist. Also das ist schon, das ist schon, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es ist verrückt. Wie viele von Orange? Stimmt, stimmt schon jetzt die Frage. Wie viele von Orange? Sollen wir jetzt direkt rausfinden. Oh, keiner von Orange. Naja, er hat vielleicht diesmal schon den Kontakt hergestellt mit Anni, da muss sie ja nicht reinsappen, damit sie ihm irgendwas anvertraut oder so. Oder damit sie ja nicht in Kontakt kommen oder sonst irgendwas. Aber okay, schön. 1.000 Leute zugeschaut haben und selbst gegen Ende des Streams alles längst nicht wie um den Skandal gegangen ist, immer noch über 2.000 Leute den Stream gesehen haben und das war dann fast 1 Uhr in der Nacht. So bitte, what the fuck? Die tun ja so, als ob nichts gewesen wäre. Und an die Leute, die um 1 Uhr nachts immer noch Anni's Stream gesehen haben und fest zu ihr halten und Sachen schreiben wie sowas hier. An die Hater, geht doch bitte woanders hin. Hört doch jetzt einfach mal auf, auf Anni so rumzuhacken. Anni, wir echten Fans werden dir nie in den Rücken kehren. Scheiß auf die Hater. Euch kann ich wärmstens dieses Video von Stay Here empfehlen. Und by the way, weiß ich auch nicht so ganz, wie Anni den Begriff Offline eigentlich definiert, denn sie meint ja selber, dass sie jetzt seit 2 Monaten offline war, also eigentlich seit dem Tag, dass der Skandal öffentlich wurde, seit dem 4.5. aber sie hat wieder nach noch ein Statement auf YouTube hochgeladen und noch einmal eins auf Twitter. Und das ist erst ein Monat her. Also weiß ich nicht, wie das als offline gelten soll, aber okay. So und jetzt wird's brisant, denn Anni gibt offen zu, einige Dinge einfach nicht einzusehen. Hast du eine Fehler nicht zugegeben? Naja, manche Sachen, tut mir leid, seh ich nicht ein. So, dass ich meine Katzen irgendwie quäle, seh ich, also sorry, fühl ich nicht. Ich verstehe, dass Leute sagen, irgendwie, hey, die Katzen haben sich eine Zeit lang nicht verstanden und es war auch mit Sicherheit, hab ich zu lange gewartet, um eine Entscheidung zu treffen, ob ich sie abgebe oder nicht. Aber am Ende des Tages mittlerweile vertragen sie sich. Die schlafen mit mir zusammen in einem Bett. Mare und die... Ja, die zwei... Oh, es geht um diese dritte Katze, die abgehauen ist. Seitdem scheint's ja ganz gut zu funktionieren, aber da ist eine dritte Katze abgehauen, die jetzt auch weg ist. Die immer noch weg ist. War das nicht die Katze, die... Wo es da so Probleme gab? Also übrigens... Ja, schön, dass sie sich jetzt vertragen, nachdem die eine Katze weg ist. Ungewollt. Der Deckel, Finn, auf der Decke. So, den... Denen geht's ganz gut. Und zwar, dass die Katzen mehr als im Spielzeug benutzt wurden, als als lebendige Tiere. Sie will mit den Katzen jetzt kuscheln, also sollen die Katzen jetzt kuscheln. Also werden die Katzen einfach genommen und festgehalten, bis sie kuscheln werden. Zwei von den Katzen haben sich abgrundtief gehasst. Also du hast jeden Tag, waren überall Fellbüschel, wo die nach einem Streit blutig aufgekratzt sind. Finn wäre fast auf einem Auge blind geworden. Spielzeug für meine Dreckskatzen, weil ihr alles hasst. Dreckiges Stück Scheiß. Spring. Spring, Finn. Süß. Maron. Nein? Guck doch, du dreckiges... Jan. Wie findest du das, hm? Also sorry, fühle ich nicht. Also das war ganz schön schlimm gerade, muss ich sagen. Das war wirklich schlimm gerade. Was für ein abscheulicher... Ja, ich finde, also das hier finde ich jetzt noch nicht mal so schlimm tierquälerei-mäßig. Ich finde es, glaube ich, schlimmer tierquälerei-mäßig, wenn man das so in den Bezug nehmen mag, mit diesen... da verstehen sich Katzen nicht und du machst nichts dagegen. Also das finde ich, das finde ich noch mal deutlich schlimmer als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Klar, das, was wir hier gesehen haben, ist unangenehm und so und ich weiß nicht, ob sich die Katze wohlfühlt, wenn du die zwingst, irgendwie mit dem Spielzeug zu spielen. Finde ich auch kacke, gar keine Frage, aber ich glaube, es macht einer Katze viel mehr Druck und ich glaube, mit einer Katze geht es viel schlechter, wenn die sich nicht untereinander verstehen können und es dann extreme Zoffereien gibt. Also ich glaube, das ist eher das Problem und das ist eher das Ding, des Vorwurfs der Tierquälerei. Also ernsthaft? Also sorry, fühle ich nicht. Okay, anderes Thema. Anni hat sich mit ihrem Comeback-Stream, der dort ihr keiner war, eigentlich komplett selbst ins Knie geschossen, denn Mauki wollte ihr finale Statement-Video eigentlich nach Anis letzten Tweeter eigentlich relativ einsichtig und auch eigentlich ganz gut war, nicht mehr hochladen. Dann hat Anni wieder gestreamt und das Video soll jetzt doch kommen und allein wie Mauki in ihrem Stream reagiert hat, als er das angekündigt hat, da bin ich dann wirklich gespannt, was bitte in diesem Video noch alles kommen soll. Aber es sind wieder zweieinhalb Stunden Scheiße gelabert worden und deswegen tut es mir echt leid. Ich habe einfach nicht drüber geredet und jetzt nach einem Monat Pause, weil man sich finden will, kommt man online und nach zweieinhalb Stunden erzählt man kompletten Müll. Und Anni hat scheinbar Angst vor dem Video, weiß aber selbst nicht so ganz, warum. Angst vor dem Mauki-Video, klar. Das Video ist ja einfach so eine Drohung gewesen, die ja seit zwei Monaten im Raum stand, wo gesagt wurde, jetzt werden Beweise gesammelt und dann kommt das online und ich habe gewartet und es kam nicht. Also habe ich wieder angefangen zu streamen oder habe einen Stream gemacht. Keine Ahnung, es fühlt sich einfach an, wie so die Entscheidung, für immer Geisel sein oder sagen, ich gehe jetzt live und wenn dann halt das Video kommt, dann kommt dann halt das Video. Aber dann ist es halt passiert und dann... Dann geht es weiter einfach und es ist alles entspannt. Ja und ja und schön. Kann ich hoffentlich was davon irgendwie mitnehmen? Keine Ahnung. Also was soll ich machen? Was soll ich machen? Du willst also was aus dem Video mitnehmen? Also jetzt einmal ganz ehrlich, allein was Reefs, den ihr am Dreiviertel schon lange im Statement gesagt hat, soll nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein. Mauki hat ja eigentlich noch gar nichts gesagt, außer dem Ausraster nach der 250-Dono und einem Tweet danach. Dann kommen noch die ganzen Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern, Kollegen oder auch Mods und so weiter dazu und allein das war ja schon sehr krass. Und du hast ja einiges eingesehen in deinem finalen Twitter-Statement, hast dich dann einen Monat vertschüsst, um unreflektiert und uneinsichtiger zurückzukommen und jetzt willst du was mitnehmen aus dem Video, das angeblich dreimal so schlimm sein soll, gefühlt, wie das, was wir bis jetzt wissen. Hm, weiß ich nicht. Ja, dann ging das. Ich check eigentlich gar nichts und ich bin das Opferszenario. Weiter. Was bereust du am meisten? Ich glaube, ich bin eine verdammt schlechte Freundin gewesen, weil ich echt scheiße viel gearbeitet habe und Leute krass vernachlässigt habe. Bitte, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was hat bitte Lovebombing oder im Allgemeinen deine Freundschaft mit Mauki damit zu tun? Ihr habt doch zusammen oder miteinander gearbeitet. Hä? Aber das war, ja okay, das bereut sie am meisten. Ich glaube, es gibt halt sehr, sehr viele Punkte, die sehr schwerwiegend waren, was man sonst auch noch am meisten mit bereuen kann. Aber okay, das war so das. Okay, nicht so eine gute Freundin gewesen, weil sie viel gearbeitet hat. Okay. Das ist natürlich, dass es gut zu verstehen ist. Ich weiß, ihr wollt von mir hören, dass ich sage, dass ich irgendwie ein ganz schrecklicher Mensch wäre und absichtlich ganz viele Leute verletzt habe, aber das war keine Absicht. So doof das klingt und befehlen. Es war auch bestimmt keine Absicht, als die Sally gesagt hat, dass sie bei diesem Dream and Bam drehe. Dass sie irgendwas gesagt hat und Anni hat dann falsche Sachen weitererzählt damit sie ja ein schlechter dasteht und dann wie, ja, dann so ein bisschen der Buhmann in der ganzen Aktion war. Nee, auf jeden Fall. Also es ist, ich glaube generell, viele Sachen waren einfach auch gar keine Absicht gewesen und die Leute erzählen einfach nur, ja, Quatsch mit Senfsoße. Ja, muss man mal sagen. Auf vielen Sachen versuche ich auch immer noch herauszufinden, was damit gemeint ist. Wirst du dieses Jahr auf der Gamescom auf gar keinen Fall. Ja, oder IFA, ja, kommt auch. Nein, denn da muss ich ja meine ganzen schwitzigen Scheiß-Fans wiedersehen, die mir trotzdem nach all der Scheiße noch die Treue halten und mir in dem Stream wieder über 300 Subs gespendet haben und ich noch mal um 700 Euro reicher bin. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist, I doubt it. Aber Spaß beiseite. Ja, nee, also ich würde auch nicht, also in ihrer Position würde ich auch nicht zur Gamescom gehen. In ihrer Position würde ich erst mal wahrscheinlich auf keine Influencer-Events gehen. Ich meine, ich gehe momentan auch nicht auf Influencer-Events, weil ich auch gerade, ich habe auch gerade momentan nicht so die Lust drauf, muss ich sagen. bei diesem Dart-Event, bei Hand of Blood hätte ich auch mit hingehen können, ja, aber irgendwie zeitlich passt es auch nicht so gut. Aber irgendwie, ich habe dieses ganze hin und her und dorthin fahren, dorthin fahren, wieder zwei Stunden, drei, vier, fünf Stunden, dorthin fahren, wieder zurückfahren, direkt habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum sie nicht auf Gamescom geht dieses Jahr, weil ich will ehrlich gesagt auch nicht wissen, was da abgehen würde, wühle sie auch. Meine Mods sind wirklich die allerliebsten, muss ich mal an der Stelle sagen. Helena schreibt, dich will auch keiner sehen, weißt du das? Tamara schreibt, keine Sorge, dich vermisst eh keiner. Ihr seid wirklich, ihr seid solche Wichser und das macht mich richtig fertig. Auf die Gamescom gehen, also da bräuchte sie hier glaube ich 20 Securities um sie herum, weil das wäre, glaube ich, gottlos, was da abgehen würde. Aber gut, Anni hat ja mittlerweile mehrmals schon gesagt, dass sie nach dem Skandal ihre Mitarbeiter alle entlassen musste und so gut wie es geht ihnen geholfen hat, sie weiter zu empfehlen, damit sie ihren Job in einer anderen Art weitermachen können. Jetzt hat sich nach dem letzten Stream ein ehemaliger Mitarbeiter von ihr gemeldet und der hat eine bisschen andere Story erzählt. Der hat nämlich gesagt, dass er einfach fristlos entlassen wurde und keine Hilfe bekommen hat. Dazu sagt Anni folgendes. Hast du deine Mitarbeiter wirklich fristlos gekündigt und wenn ja, mit welchem Grund? Das Ganze war so geregelt, dass meine Mitarbeiter über mein Management angestellt waren und mein Management hat mich fristlos gekündigt und in dem Zuge meine Mitarbeiter fristlos gekündigt. Weitervermittlerst du die anscheinend ja nicht. Naja, ich habe sie einigen Leuten empfohlen. Ich habe all meinen übrig gebliebenen YouTube Kontakten gesagt, wenn sie irgendwie Cutter oder sowas brauchen oder Leute, die Thumbnails machen können, dann sollen sie sich bei mir melden und dann kann ich Leute empfehlen, habe weitergeschickt und ich glaube, ein paar Leute wurden auch angeschrieben. Fristlos trotzdem nicht die feine Art. Ich hatte da leider keinen Einfluss drauf. Es tut mir leid. Das Ani nicht mehr wie ihr Management ist, das stimmt soweit. Zumindest wird sie bei Inset nicht mehr als Great. Trotzdem irgendwie, also es klang anders, als sie das letzte Mal das erzählt hat, dass die Mitarbeiter weitervermittelt wurden und so. Und ja, das klingt anders als das, was man jetzt noch so mitbekommt, weil jetzt wirkt das so wie, das Management ist ja dran schuld. Also ich habe so mein restliches, also so das, was ich noch konnte, getan. Das wirkte mir nicht so wie, ich habe wirklich alles dafür getan, dass meine Mitarbeiter wieder einen Job bekommen konnten, sondern sowas wie, ja, ab ein paar Leute habe ich halt angeschrieben, so, vielleicht brauchen die da irgendwie jemand. Also, naja, naja, weiß ich, was ich dazu sagen soll. Kommt mir ein bisschen komisch rüber. Batering gelistet, allerdings kann ich jetzt nicht nachprüfen, ob diese fristlose Kündigung und dieses Nicht-Weiter-Helfen jetzt ein Einzelfall war bei dem einen Cutter oder ob das mehrmals vorgekommen ist. Aber Anni hat ihnen im letzten Stream ja auch gesagt, dass sie eigentlich nicht fürs Geld wieder streamt, also wieso hat sie ihre Mitarbeiter nicht wenigstens entschädigt, damit sie zumindest einen Monat oder so weiterleben können, während sie sich einen neuen Job suchen? Ja, entsch... Ja, das ist eine schwere Nummer, ja. Weil das Ding ist, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter das sind, ich weiß auch nicht, wie ihre finanzielle Lage ist, zehn Leute als Mitarbeiter hast und du entschädigst sie, damit jeder seine 4.000 Euro oder 3.000 Euro oder so im Monat noch bekommt, dann wären das halt auch mal guten, gerne dann 30.000, 40.000 Euro, die du mit einem Schlag mal kurz bezahlen sollst. Ja, ich meine, kann man machen, sie hat vielleicht auch das Geld dafür, das kann durchaus sein, aber ich glaube, sie wird es nicht machen. Ich glaube, das ist es einfach nicht, nach dem, was alles so passiert ist. Entschädigen können, also ich nehme gerade einen Kredit auf um meine restlichen Rechnungen abbezahlen zu können. Ich wünschte, ich könnte, ich kann leider nicht. Ja, aber sie hat das letzte Mal gesagt, sie kann sich mehrere Therapeuten leisten, weil sie das Geld dafür hat und jetzt sagt sie, ja, sie muss sich einen Kredit aufnehmen, um sich die Sachen zu leisten. Wie muss ich denn das jetzt genau verstehen? Also, also wenn du dir Privattherapeuten leisten kannst, nicht nur eins, sondern zwei, stellenweise drei und mal kurzzeitig sogar, so klang es vier. Wie schafft sie das? Also, da muss sie ja unfassbar viel Geld für Therapie ausgeben und dann holt sie sich zusätzlich noch einen Kredit. Das ist schon crazy. Das musst du erst mal schaffen. Tut mir leid. Und ich als, also ich sage mal so, ich als Influencer, ich weiß ja ungefähr, dass man damit Geld verdienen kann und ich will nicht wissen, wie viel man in ihrer Größe Geld verdienen kann, aber wenn sie jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, dann ist sie nach all den Jahren durchaus potenzielle Millionärin. Ja, das nur kurz an der Stelle. Mir ist das schleierhaft, dass sie kein Geld hat, also, oder da einen Kredit aufnehmen muss, aber gut, man kann auch für, vielleicht muss sie jetzt auch noch einen Kredit aufnehmen, weil sie sich jetzt noch entschieden hat, noch ein neues Haus zu bauen. Ich habe keine Ahnung, es ist ja auch möglich. Das weiß ich nicht. Aber es ist schon, ja, wie sehr ich jetzt die Aussage von ihr fühle, also, keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte für alle alles machen, aber ich kann nicht. Hä? Nicht fürs Geld streamen, allerdings gleichzeitig umziehen. Leute vorm Skandal mit sauteuren Geschenken bombardieren und dann nicht genug Geld beiseite gelegt zu haben, um ihren Mitarbeitern vielleicht jeweils 1000 Euro wenigstens als Entschädigung anbieten zu können. Also, das glaube ich jetzt nicht so ganz. Aber ich meine, das Beste ist ja eigentlich noch, dass sie in den letzten beiden Streams, die ihr eigentlich keine waren, nur durch Subs wahrscheinlich 2500 Euro verdient hat, für sieben Stunden rumsitzen und über Gott und die Welt labern. Sie hat in sieben Stunden das Monatseinkommen eines Normalsterblichen verdient und hat dann nicht genug Geld, um ihre ehemaligen Mitarbeiter, die vielleicht jahrelang für sie gearbeitet hat, zu entschädigen. What the fuck? Bro, das check ich for real nicht. Was im Pferde bleiben, uns gehen Anis Finanzen nichts an. Hast du komplett recht, aber ich glaube, sie hat im letzten Stream erzählt, dass, ja, alles gut ist mit den Finanzen und sie kann sich, weil die Frage kam, wie kannst du dir diese, diese Therapeuten leisten oder wie kam sie zu den Therapeuten? Hat sie gesagt, ja, die kann ich mir halt leisten, so die Privattherapeuten und deswegen geht das halt schneller und, ja, und dann hat sie noch so gesagt, ja, finanziell ist da alles gut und jetzt sagt sie, sie muss sich einen Kredit nehmen. Ich weiß, ich weiß nicht, für mich wirkt das so ein bisschen, als würde sich das ein Stück weit beißen miteinander, ja, deswegen, ja, gut. Ich sag mal so, es wirkt mir wie eine Geschichte aus dem Paulanergarten in dem Punkt, aber, was weiß ich schon. Ich weiß auch nicht, für was sie alles einen Kredit aufnimmt. Also, wie, nein, das check ich nicht. Aber damit wir das mit dem Kredit auch wirklich glauben, will sie uns tatsächlich den Kreditvertrag zeigen. Soll ich den Vertrag von dem Kredit zeigen, kann ich machen. Und Oriana, eineinhalb Minuten später, sagt sie dann das, Sie wollte doch auch, also sie könnte doch auch die Rechnungen von den Therapeuten, die Therapiesitzungen zeigen, hat sie ja auch mal gesagt. Aber macht sie ja eh nicht. Und das wird sie, hier in dem Fall, wird sie das wahrscheinlich auch nicht machen, gehe ich mal davon aus. Zeig mal den Vertrag. Nein, ich kann doch nicht den Vertrag zeigen, da steht meine Adresse und alles drauf. Also, müsste ich raussuchen und alles schwärzen, um euch das zu zeigen, damit ihr mir das glaubt. Aber, kann ich machen. Mache ich für den nächsten, für den nächsten Stream, ja. Bereite ich euch vor. Also, sogar die Verwirrung ist verwirrt in diesen letzten 30 Sekunden. noch einen dritten Comeback-Stream geben soll, von eigentlich nur einem, den sie ursprünglich machen wollte. Hat sie jetzt auch noch eine Begründung gefunden, warum es vielleicht jetzt doch ein Comeback geben soll. Lass mich mal letztens, dass der einzige und erste Stream bleibt. Naja, auf jeden Fall war es der erste und ich dachte, ich werde nicht so schnell wieder was machen wollen, aber ich habe Tausende Euros bekommen. Nee, Spaß. Extrem viele, also von den vielen, vielen schlimmen Nachrichten nicht bekommen haben, haben mich echt viele andere Streamer und YouTuber auch angeschrieben und haben gesagt, dass ich es toll finde, dass ich gestreamt habe und dass sie sich wünschen würden, dass ich weitermache. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich viele aufbauende Nachrichten bekommen und die haben gesagt, ey, lass dich nicht unterkriegen, mach weiter und deswegen versuche ich es. Bitte, welche Streamer sollten das gewesen sein? Ein Orange, mal Orange, was? Leute, es war Orange. Also, nee, ich weiß nicht, ob es Orange war, aber die Zeichen stehen gut, dass damit Orange gemeint sein könnte, ja, mit diesen vielen Creatern, die gesagt haben, den Stream weiter, nachdem Orange 200 Subs rausgeballert hat. Er hat mittlerweile sogar 300 Subs, glaube ich, rausgehauen. Vielleicht kommen dann noch den 400, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich gespannt. Orange Morange, der im letzten Stream 200 Subs an ihr gespendet hat und als Protest, weil ihm Alpha Kevin's Video dazu nicht gefallen hat, noch einmal 100 Subs gespendet hat, oder was? Im weiteren Verlauf des Streams ist Anni noch mal nie auf ihre Therapie eingegangen, hat auch unter anderem darüber gesprochen, dass sie für die Panikattacke und ADHS-Medikamente nimmt und sie ist auch noch einmal auf ihr Statement eingegangen. Die Leute sind wütend, weil du keine Stellungnahme nimmst zu den Vorwürfen oder zu den Hauptvorwürfen. Also, ich bin auf alles im... Ey, wirklich? Ey, es ist nicht... Ey, sorry, es tut mir leid, aber ich glaube, der Stream, der ist schon wieder gar nicht gut gealtert. Das Ganze, am besten, also ich persönlich, ich sage auch nicht, dass Anni gecancelt werden muss, ne, wenn man die Streams unbedingt schauen mag, alles gut. Aber ich glaube, es tut der ganzen Geschichte nicht unbedingt gut, wenn sie weithin über diese Thematik spricht und das in diesem Umfang, wie sie es macht. Wirklich, es hat etwas, nachdem man weiß, dass viele Sachen auch nicht richtig sind, was sie so gesagt hat und dass sie sich... Ne, es wurde ja viel über Manipulation gesprochen, ja. Nachdem man das alles erfahren hat, ist es schwer zu glauben, dass alles, was sie hier erzählt, 100% der Wahrheit entspricht. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu glauben und ich denke, sie tut sich damit keinem Gefallen, aber keine Ahnung. Vielleicht hat sie ja von extrem vielen Streamern Zuspruch bekommen für ihre Streams. Weil der Stream, der war ja auch ein Banger, der erste. In meinem Statement eingegangen, habe versucht, Kontext zur Situation zu geben. Ich habe mich, da habe ich, das war nicht das Richtige. Ich habe mich entschuldigt dafür. Junge, Free Melo schreibt deutsche Emberhardt. Ey, wirklich, ich habe nicht so... Ey, wirklich, ich lasse das Kommentar los, aber es muss gerade kurz schmunzeln, der wird safe gelöscht. Und habe einfach versucht, besser zu verstehen, wenn er mich entschuldigt. Dafür und habe... Nee, der ist dann schon weggerattert, glaube ich. Ah nee, der ist weggerattert. Habe einfach versucht, besser zu verstehen, was ich getan habe. Also abgesehen davon, dass der Satz irgendwie keinen Sinn macht, stimmt die Aussage nicht einmal ganz, denn sie hat sich in ihrem Statement kein einziges Mal für irgendetwas direkt entschuldigt. Sie hat die ganze Zeit nur gesagt, es tut mir leid, dass du dich so gefühlt hast. Also es ist ein Unterschied zu, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Und auch nach den beiden Streams jetzt, habe ich immer mehr das Gefühl, dass Anni es wirklich einfach nicht schickt, was da eigentlich wirklich abgegangen ist. Und bei aller Liebe, da hilft auch kein 30-Tage-Therapie-Speedrun. Und das zeigt auch der Clip hier zum Beispiel. Solange du keine Besserung zeigst, wird auch der Hate nicht aufhören. Naja, ich weiß nicht, wie ich die zeigen soll. Naja, wie wäre es mit einer öffentlichen, ehrlichen und direkten Entschuldigung an die Betroffenen, generell Einsicht oder im Allgemeinen nicht in zwei Comeback-Streams, die irgendwie doch keine sind, sich so in die Opferrolle zu versetzen. Das wäre vielleicht aber ein Anfang. Aber auch der Clip hier zeigt eigentlich nicht, dass Anni es scheinbar wirklich nicht gesehen hat, was eigentlich wirklich abgegangen ist und es eigentlich immer noch nicht checkt. Aber was könnte Marc Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier, also, dass man komplette Selbstreflexion erlangt hat nach den 30 Tagen Therapie. Habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, also so kommt es mir rüber. Ähm, ja. Vielleicht ist die ja, jetzt, vielleicht ist das ja 100% alles die Wahrheit, was sie erzählt. Da wäre ich, da würde ich meinen Hut vorziehen, den ich nicht habe. Aber, ähm, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist, man weiß nicht. Dann gegen dich bringen, da muss doch noch irgendwas sein. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Und, ähm. Du wirst ja wohl noch bitte wissen, was in den letzten 5 Jahren voranschließend mit dem Auge passiert ist, oder? Du kannst mir nicht erzählen, als du die letzten 5 Jahre aus deinem Gehirn gelöscht hast, auch wenn du selber gesagt hast, dass du das ja gar nicht willst in deinem Statement auf YouTube. Aber bitte, du wirst ja noch wohl wissen, was noch kommen soll, weil du warst ja selber dabei, hä? Und das mit der Opferrolle übrigens, hat auch ein Zuschauer direkt gefragt. Für das solltest du mal raus aus deiner Opferhaltung einfach Verantwortung für deinen Handeln übernehmen. Ich mache Therapie, ich habe mir alles angehört, ich habe mit all meinen Freunden gesprochen und gefragt von den Sachen, die... Ja, aber ich muss echt sagen, also ne, jetzt, ich weiß nicht, wie sie sonst so gesprochen hat, weil ich sie jetzt echt nie geschaut habe, muss ich auch sagen. Aber es ist schon, also wirklich die, diese, die Art, der sich als Opfer inszenieren, die wirkt schon sehr krass hier in dem Moment. Das tut, tut schon weh. Das war schon im ersten Stream, war schon schlimm, aber in dem, Junge, es ist wirklich crazy. Wenn wir öffentlich sind, wo erkennst du was, erkennst du was davon in unserer Beziehung wieder? Kannst du mir das vielleicht spiegeln? Ich lerne, also, keine Ahnung, was soll ich noch, also, welche Verantwortung soll ich noch nehmen? Ja, ich glaube, ich bin mittlerweile wirklich genug auf das Thema eingegangen. Es ist einfach die Art, wie sie sich präsentiert oder auf die Fragen antwortet. Mir würde jetzt spontan noch das Beispiel einfallen, mit wie vielen YouTuber oder Streamers sich schon Formskandale eigentlich von ihr distanziert haben. Also, da muss ja was falsch gelaufen sein. Es kann natürlich sein, dass sie mit privaten Freunden anders umgegangen ist als zum Beispiel mit Toni oder auch Mauki. Aber ich meine, Toni und Mauki waren ja mehr oder weniger auch private Freunde oder die Freundin. Aber, ja, was soll ich noch großartig zu sagen? Vielleicht hat sie zu viel von der hier genascht. Das kann natürlich sein. Wir wissen es nicht. Ich weiß es persönlich nicht, aber es ist, hat mich kurz daran erinnert. Okay, wir machen weiter. Gut, schlussendlich hat sie dann noch eine Stunde Elton Dream für ich glaube, zwischen 2.000 und 4.000 Zuschauer gestreamt. Und sie hat das über das Spiel Österreich gegen Türkei gesagt. Ich bin ein großer Türkei-Fan. Also, ehrlich sagen, ich liebe das mit wie viel Herz und Leidenschaft die Fans, die Wolfsgroß gezeigt haben. Kommt das jetzt? Kommt das jetzt? Ist das jetzt die Frage? Nee, keine Ahnung. Nee, wirklich. Die Türkei, ich finde, die haben es ja leidenschaftlich gespielt. Einen großen Respekt für die Leistung. Aber bei einigen, ich rede jetzt nicht von allen Fans, aber bei einigen Fans hat es wirklich ein bisschen ausgehakt. Sag ich, wie es ist. Ja, also dieses Publizieren des Faschismus ist schon sehr schmerzhaft gewesen. Spielen. Und ja, das sieht man richtig. Und das ist richtig, richtig schön. Aber die waren stark, muss ich sagen. Türkei hat gut gespielt. Ey, die haben gut gespielt. Österreich hat scheiße gespielt. Fuck you, Alter. Also das nämlich persönlich. Hä, Österreich hat, also sorry, aber da hat jemand gar keine Ahnung vom Fußball. Also Österreich war eigentlich 90 Minuten lang besser gewesen. Nur die Türkei, die waren halt einfach schlau und haben Standardsituation ausgenutzt und zwei Kopfballtore gemacht. Ach nee, das eine war gar kein Kopfballtor. Das war so, glaube ich, unter die Latte gehauen. Aber halt Standardsituation ausgenutzt. Ah, das ist ei, ei, ei. Schmerzhaft. Fündlich. Aber gut, lassen wir es gut sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich kann das alles. Okay, ähm, es war ein sehr gutes Video an der Stelle. Ja, aufschlussreich war es vor allem. Deswegen, Propskin raus, viel Zeit, hast du es dir sehr, sehr gut gemacht. Großes Lob. An der Stelle, gebt auf jeden Fall ein Like. Der Link ist auch in der Beschreibung. Dort, äh, ja, dort, müsst ihr es unbedingt abchecken. Das ist wichtig und richtig. Äh, nee, top, top Video gewesen. Ähm, schön, dass du auch mit hier am Start warst oder Start bist oder was weiß ich. Äh, war sehr geil. Natürlich auch, weil du mein Video geliked hast. Denkst du, ich seh das nicht? Denkst du, ich seh es hier nicht, dass du irgendwo mein Video geliked hast? Du Ehrenmann an der Stelle. Ähm, ja, coole Nummer. Warte, was macht ihr sonst so für Content? Wenn ihr uns weiterhin auf dem Laufenden hält, dann sieht das doch gar nicht schlecht aus. Anni ist wieder da. Glück weiter. Bloß Mokis Reaktion. Ach komm, ich lasse ein Abo da. Leute, geht mal rüber. Könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Ähm, bin ich gespannt, was da noch so kommt. Äh, sehr interessante Sache. Äh, als Algorithmus-Kommentar schreiben wir rein Anni Hart. Als, ja, Mayuki hat nämlich geschrieben Anni Hart Anni Hart als Algo. Äh, ja, ihr könnt Anni Hart in die Kommentare schreiben. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, es ist euch überlassen. Ja, es liegt nicht an mir. Ja, es ist nicht meine Entscheidung. Ihr könnt das gerne als Algorithmus-Kommentar schreiben, weil es auch einfach ein bisschen lustig ist. Ne, aber wirklich aufgrund bloß der Opferrolle, die, die, die mir hier sehr stark wirkt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen an der Stelle, wenn ihr jetzt ein Abo da lassen würdet, hier auf meinem zweiten Kanal auf dem Weg Richtung 100.000 Abos. Das wäre voll nice und ich wünsche euch an der Stelle noch einen wunderhübschen Tag und wie heißt es so schön? Stängchen an das Wängchen, euer Alpha Kevin und tschau tschau.